10 Euro für ein 90% Tanksten Darts Set mit Tasche, Aluschäften und sogar 5 Sätzen Flights. Mega Schnapper oder wo liegt da der Haken? Einen Haken gibt es auf alle Fälle und doch kann ich vorwegnehmen, spielen sich ganz gut, wenn du leichte und weniger griffige Darts magst. 10,99 Euro bei Amazon für 90% Tanksten Darts von Winmax ist ohne Frage ein doller Preis. Natürlich kommen die Darts aus China, brauchen wir kein Hehl draus machen, steht sogar auf der Verpackung. Und seit Temu jeden vierten deutschen Haushalt mit seinem Müll überflutet, ist man es auch fast schon gewohnt, dass hier zum Beispiel oben von 90% Tanksten die Rede ist und scrollt man weiter runter in die Beschreibung, steht da auch mal 80%. Ist da denn überhaupt Wolfram drin? Und wenn du denkst, du kaufst dir einen 22g Dart, gut, der wiegt tatsächlich eher 20g. Dafür aber ziemlich dicht beieinander. Die Chinesen machen offenbar zwischen Steel und E-Dart keinen Unterschied und geben bei Steel Darts dann nicht das Barrel-Gewicht an, sondern Komplett-Setup. Das hat mich direkt an das Video von The Wetzlar erinnert, denn der hatte da eine ähnliche Fragestellung gehabt, als er die Hudora Darts für 7 Euro getestet hat. Die Darts waren bei ihm auch deutlich leichter als angegeben und die Barrel waren nicht magnetisch. Was heißt, seine Hudora Darts waren sehr wahrscheinlich nicht einmal aus Tanksten, denn er schrieb auch nach einiger Zeit in den Kommentaren, er hätte Rost im Griffprofil. Und da könnte es tatsächlich sein, dass die Hudora Darts eher Edelstahl waren. Gut, wie ist das jetzt bei den Winmax Dartpfeilen? Wolfram selbst ist nicht magnetisch, aber paramagnetisch. Das heißt, setzt du Wolfram einem starken Magnetfeld aus, dann wird es dadurch leicht angezogen. Dazu kommt, dass Tanksten Darts eine Mischung aus Wolfram mit Nickel-Eisen oder sehr oft Wolfram mit Nickel-Kupfer sind. Also, ob das jetzt 90 oder 80% Tanksten Darts sind, weiß man nicht genau, aber sehr wahrscheinlich sind es Tanksten Darts aus Wolfram mit Nickel-Eisen-Anteil. Für Tanksten spricht meines Erachtens aber auch, dass die Darts eben bei 46,5 mm Gesamtlänge immer noch recht schlank ausfallen mit 6,5 mm Durchmesser. Und wo ich schon bei den Darten bin, die schwarz lackierte Spitze vorne ist auch anständig verpresst und schaut 25 mm raus. Und der Barrel-Schwerpunkt von diesem geraden Barrel, also zylindrige Form, liegt recht mittig. Nach vorne vom Center of Gravity sind es gut 22,5 mm und nach hinten dann 24 mm. Die Barrel selber sind nicht extra beschichtet, also ganz normal Tanksten. Griffprofil besteht aus ein paar einfachen Ring-Elementen mit Nerd-Sektionen. Genau so hat man Darts vor gut 15 Jahren auch schon gefertigt. Denn das geht ratzfatz. Die Barrel werden einfach durch zwei Räder mit einem Profil gejagt und drin ist halt das Griffprofil. Diesen Prozess nennt man Nerling, daher auch diese Bezeichnung Nerl-Grip. Also ein Dart wie dieser hier ist auf einfachen Maschinen in einer Minute fertig. Was auch ein bisschen erklären kann, warum gibt es diese Darts denn so preiswert. Und deswegen finde ich, ist es hier an der Stelle vielleicht auch ein gutes Beispiel, denn ich bekomme von euch oft die Frage, auch Kommentare zu diesen sehr unterschiedlichen Preisen von Darts, ob die auch gerechtfertigt sind oder ob das reine Abzocke ist. Ich finde, hier kann man sehr schön aber auch mal gucken, rein vom Herstellungsprozess, wie unterschiedlich aufwendig auch das eine oder eben das andere herzustellen ist. Aber zurück zu den Winmax, fasse ich einfach mal zusammen. 10 bis 11 Euro für einen schlanken Tanksendart ist auf jeden Fall ein günstiger Preis. Die Barrel selber sind auch gut gefertigt, kann man nichts gegen sagen. Die Gewichte der Barrel sind annähernd gleich, die Spitzen sind alle sauber verpresst und darauf kommt es ja an. Also auch die Beigaben hier, das sind ehrlich gesagt Centbeträge. Ob das die Tasche ist oder halt die Aluschäfte, bei denen übrigens die Gummiringe fehlen oder auch die zusätzlichen Flights. Wer was damit anfangen kann, ist ja vollkommen in Ordnung, gerne. Aber im Wesentlichen geht es hier ja um die Barrel und ob die lange halten, ob man da lange Freude dran hat. Vom Spielgefühl in der Praxis her, auf jeden Fall Darts, mit denen man relativ flink zurechtkommt. Also da musste ich mich jetzt nicht lange eingewöhnen, das passt soweit vom Griffprofil auch in Ordnung. Ich brauche nicht allzu viel Grip und ich mag hier sogar diesen klassischen Nerdgrip, der nicht ganz so tief ist. Vor allem ohne extra Beschichtung und so weiter, sonst wird er wieder zu glatt. Also das ist soweit ganz gut. Das kann nochmal ein bisschen anders werden, wenn es jetzt draußen wärmer wird. Dann kriege ich auch immer leicht schwitzigere Finger. Da muss man sich dann irgendwie ein bisschen behelfen. Könnte sein, dass ich mir dann ein bisschen mehr Grip an diesen Darts wünschen würde. Aber was mich am meisten eigentlich gestört hat oder mir halt hier nicht ganz so gut passt, ist schlichtweg das leichte Gewicht von 20 Gramm. Also da wären 22 Gramm auf jeden Fall besser, am liebsten sogar 23. Aber die sind halt nicht immer in diesen Gewichten angeboten. Und ja, wie gesagt, mit 22 Gramm stehen sie zwar drin, haben faktisch aber 20. Die Points, klar, ganz normale schwarze Standardpoints. Aber jetzt auch nicht irgendwie auffällig schlechter oder auffällig besser. Und zu diesem Preis vollkommen in Ordnung. Das mitgelieferte Setup verwende ich für mich jetzt nicht, sondern habe mir hier ein Cosmos Setup gemacht. Aus ein bisschen längeren Schäften und einem etwas größeren Standardflight, dass die für mich ein bisschen stabiler fliegen. Aber sonst auch vom Steckwinkel genauso halt ins Board gehen, wie es für mich passt. Also abschließend. Ein Tankstendart, sehr wahrscheinlich mit, ist ja auch wurscht, ob jetzt 90, 80 oder 70 Prozent, sehr wahrscheinlich ist es ein Tankstendart, so wie beworben. Er ist halt zwei Gramm leichter, als es auf der Packung draufsteht. Aber wenn man sich damit vereinbaren kann und einen kurzen, schlanken, relativ leichten und nicht ganz so griffigen Dart sucht, für den man wirklich nicht viel Geld auf den Tisch legen muss, einen glatten Zehner, denke ich, kann es für Gelegenheitsspieler oder einfach budgetbewusste Spieler genauso interessant sein, wie für Einsteiger, die dann zum Beispiel zu den relativ dicken und manchmal viel teureren, auch Brassdart-Alternativen, hier dann eben doch schon einen schlanken Tankstendart bekommen. Zu einem wirklich günstigen Preis. In diesem Sinne, das war mein kleines kurzes Review zu den Winmax Günstig-Darts. Schreibt gerne unten in die Kommentare, mit welchen guten und günstigen Darts ihr so Erfahrung gemacht habt oder ob ihr hier unter auch nochmal einen interessanten Preistipp habt. Schaue ich mir auch gerne dann nochmal an. Und in diesem Sinne sage ich lieben Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.